Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Ich stelle mich gerne zur Verfügung, judiziert zu werden. Ich würde es gerne durchjudizieren, bis zum Verfassungsgerichtshof. Ich kann Ihnen heute schon garantieren, ich werde gewinnen. Und ich kann heute dem Beamten, der diese Amtshandlung an mir vornimmt, garantieren, dass der Verfassungsgerichtshof bestätigen wird, dass seine Amtshandlung rechtswidrig war. Und ich muss noch etwas sagen, ich habe allerhöchste Achtung vor der österreichischen Polizei. Denn ich habe schon dermaßen gute Erfahrungen gemacht und sie hat mir persönlich schon das Leben gegeben. Gebt euch! Ja, dem muss ich mich leider auch anschließen. Aber trotzdem, dadurch, dass mir die Polizei persönlich schon das Leben gerettet hat, werde ich letztlich mein gutes Verhältnis zur Polizei nicht trüben lassen. Gebt euch! 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 Und genau diese Regierungszänder, wie Puls 4, wo es da oben steht, machen sich genauso schuldig. Im Bruch der Verfassung. Wir sind Verbrecher. Aber diese regierungstreuen bezahlten Hurenmedien sind Verbrecher. Glauben! Ja! 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 Wir sind Verbrecher! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!